Und das Zweite ist, in diese Blase ohne Realitätskontakt werden jetzt Themen injiziert, gewissermaßen durch die Membran hindurch injiziert. Und das sind Themen, die aus der Weltgeschichte heranzitiert werden und die mit unserer Wirklichkeit nur noch sehr, sehr wenig zu tun haben. Rassismus, Kampf gegen Rechts, also Kampf gegen die Nazis bei uns, Antikolonialismus. Und der Witz ist, noch nie spielten die Nazis in unserer Geschichte eine so geringe Rolle wie heute. Noch nie war der Rassismus so gering wie heute in der ganzen westlichen Welt. Und natürlich auch noch nie spielte der Kolonialismus eine so geringe Rolle in unserer Welt wie heute.